Hallo zusammen, ich bin Cyril. Ich mache Lehrers Zimmermann EFZ hier beim EISA-Hunkler Holzbau. Hallo zusammen, ich bin Benjamin. Wir zeigen euch doch schnell, wie vielfältig unser Alltag ist. Kommt doch schnell mit. Cool an unserem Betrieb ist, dass wir jeden Tag verschiedene Sachen machen und jeden Tag von uns anders aussieht. Ich schale sehr gerne Fassadenschalen, aber auch sehr gerne Dachsanierungen ausüben. Zuerst das Dach abbrechen und dann wieder neu aufbauen. Ich mache die Lehre beim EISA-Hunkler Holzbau, weil ich einen sehr kurzen Arbeitsweg habe. Aber auch wenn ich schnuppere, hat mir das Team extrem gut gefallen und auch die Arbeiten, die wir hier ausüben, waren extrem toll. Wir können aus der Schule, obwohl es sehr theoretisch ist, kann man sehr viel im Alltag mitnehmen und auf der Baustelle umsetzen. Nach der Lehre kann man natürlich weiterarbeiten als Zimmermann. Das ist ein toller Beruf. Und dann gibt es berufspezifisch Weiterbildungen, Vorarbeiter, Polier oder Meister. Ich arbeite gerne mit so engagierten, jungen Männern und Frauen. Und sehe, wie sie Fortschritte machen und Freude an die Berufe haben, das macht mir Spass. Wir bleiben immer in der Umgebung, wie z.B. Bauri, Rot, oder auch Luzern oder bis Mecken meistens. Wir sehen bei uns, bei unserem Wochenplan, immer zwei Wochen vornherein schon, auf welcher Baustelle wir arbeiten und mit welchem Team wir zusammen sind. Durch das sind wir jeden Tag etwas anders am machen und wir haben extrem einen vielfältigen Tagesablauf. Alles, was man auf dem Bau lernt, kann man auch daheim umsetzen und kann selber daheim Sachen bauen. Hallo zusammen, ich bin Melchior, ich bin Berufsbildner beim ESA-Hunkler-Holzbau. Kommt doch zu uns, eure Lehre zu machen. Ich würde mich freuen, euch zu begleiten bei eurer Lehre. Bis zum nächsten Mal.